Servus zusammen, ich bin der Kevin von Bialo.de. Seid ihr auch auf der Suche nach den höchsten Festgeldzinsen? Tja, dann müsst ihr auf alle Fälle den Blick ins Ausland riskieren, denn dort winken zum Teil deutlich höhere Zinsen als in Deutschland. Aber warum sind die Festgeldzinsen im Ausland höher? Und was hat es mit der Sicherheit auf sich? Das und viel mehr erfahrt ihr in dieser Ausgabe. Wenn ihr also aktuell nach der besten Festgeldanlage im Internet sucht, würde euch wahrscheinlich sofort etwas auffallen. Bei den deutschen Banken oder zumindest bei den allermeisten deutschen Banken ist vergleichsweise wenig zu holen. Da bleibt eigentlich nur noch der Blick ins europäische Ausland. Denn wenn ihr jetzt beispielsweise euch für ein Festgeld in Schweden, in den Niederlanden oder sogar Österreich entscheidet, winken zum Teil deutlich höhere Zinsen als in Deutschland. Aber wie kann es eigentlich sein? Tja, da gibt es mehrere Gründe. Zum einen natürlich die gesamtwirtschaftliche Situation in dem Land, wo ihr euer Geld anlegen möchtet, Angebot und Nachfrage. Und zu guter Letzt und aus unserer Sicht der wichtigste Punkt, wenn eine ausländische Bank um die Gunst deutscher Sparer werben möchte, müssen natürlich einen deutlich höheren Zins aufwarten. Denn in der Regel bevorzugen deutsche Sparer eher heimische Banken. Wie lässt sich also ein Festgeld im Ausland abschließen? Erstmal die gute Nachricht. Wenn ihr ein Festgeld im Ausland eröffnen möchtet, braucht ihr weder eure Fremdsprachenkenntnisse aufzufrischen, noch die Bank vor Ort zu besuchen. Denn die allermeisten Auslandsbanken haben eine Zweigniederlassung beziehungsweise Zweigstelle in der Bundesrepublik Deutschland. Das bedeutet, ihr profitiert von einer deutschen Internetseite, mit deutschen Informationen, einer deutschen Antragsstrecke und sollte doch etwas schief gehen, einem komplett deutschen Kundenservice. Ich habe mal ein interessantes Beispiel. Die Sperbank. Die Sperbank ist die größte Bank in Russland. Sperbank heißt übersetzt Sparbank, also Sparkasse. Diese russische Großbank will natürlich auch in Europa Geschäfte machen. Dazu haben sie die sogenannte Sperbank Europe AG gegründet, mit Hauptsitz in Wien. Diese wiederum hat die Sperbank direkt gegründet, mit der Zweigstelle in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich in Frankfurt am Main. Warum erzähle ich euch das? Weil das nämlich ausschlaggebend ist für die Einlagensicherung. Denn wenn ihr beispielsweise bei der Sperbank direkt euer Geld anlegt, die wiederum zur Sperbank Europe gehört, sind eure Einlagen über die österreichische Einlagensicherung geschützt und eben nicht über die russische. Dann kommen wir doch gleich mal zum zweitwichtigsten Aspekt einer Festgeldanlage, die Sicherheit. Grundsätzlich gilt für euch, innerhalb der Europäischen Union sind Sparguthaben bis zu einer Höhe von 100.000 Euro je Anleger gesetzlich garantiert. Was viele aber nicht wissen ist, eine einheitliche europäische Einlagensicherung gibt es aktuell noch nicht. Sprich, der jeweilige Staat ist und bleibt Garant für die Sparguthaben bei seinen heimischen Banken. Dazu ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal an, eine oder mehrere maltesische Banken geraten in Schieflage und das dortige Einlagensicherungssystem ist komplett überfordert und nicht in der Lage, alle Sparer zu entschädigen. In diesem Worst-Case-Szenario kommt dann eben die Republik Malta, sprich der Staat ins Spiel, der die restlichen Anleger beziehungsweise Sparer ausbezahlen muss, eben bis zu dieser garantierten Höhe. Daher gilt, je finanzstärker ein Staat, desto sicherer ist euer Geld bei dieser Bank. Viele von euch werden sich jetzt sicherlich fragen, wie kann ich eigentlich als Orthonormalsparer die Finanzstabilität eines Staates einschätzen? Da helfen euch sogenannte Ratingagenturen weiter. Diese bewerten nämlich die Kreditwürdigkeit von Unternehmen, Banken, aber eben auch Staaten. Die drei größten Ratingagenturen sind Standard & Poor's, Moody's und Fitch. Doch wie sieht so eine Bewertung eigentlich genau aus? Schauen wir uns doch mal das Beispiel Standard & Poor's an. Dort ist die Bewertung ein Buchstabencode. Der reicht von AAA, also dreimal A, was einer hervorragenden Kreditwürdigkeit entspricht, bis hin zum Buchstaben D, sprich die Bank oder der Staat befindet sich unmittelbar vor dem Zahlungsausfall. Was übrigens auch noch wichtig zu erwähnen ist bei der Einlagensicherung. Nicht bei jeder Bank sind Sparguthaben in Euro abgesichert. Nehmen wir doch mal als Beispiel die schwedische Klaner Bank. Hier ist euer Geld bis zu einer maximalen Höhe von 950.000 schwedischen Kronen abgesichert. Von daher solltet ihr auch, wenn ihr euer Festgeld im Ausland anlegen möchtet, auch immer auf ein eventuelles Währungsrisiko achten. Daher unser Tipp für euch. Das jeweilige Länderrating sollte eine wichtige Rolle bei eurer Anlageentscheidung spielen. Es muss zwar aus unserer Sicht nicht immer ein AAA-Rating sein, zu schlecht sollte es aber auch nicht sein. Am besten schaut ihr, dass ihr die bestmöglichen Zinsen bei einem möglichst guten Rating bekommt. Das Rating übrigens seht ihr im Festgeldvergleich von bialo.de auf der rechten Seite. Jaja, bei der ganzen Anlegerfreude darf man natürlich auch nicht die Steuern vergessen. Denn solange euer Wohnsitz in Deutschland liegt, seid ihr auch mit eurem gesamten Einkommen hier steuerpflichtig. Und auf Zinserträge fällt eben die sogenannte Abgeltungssteuer an. Das sind 25% plus Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer. Macht im Worst Case fast 28% insgesamt. Aber nicht nur der deutsche Staat hält die Hand auf. Viele Staaten haben auch eine sogenannte nationale Quellensteuer. Und damit ihr dann bei eurer Festgeldanlage eine Doppelbesteuerung vermeiden könnt, müsst ihr dann eurer ausländischen Bank eine sogenannte Ansässigkeitsbescheinigung zukommen lassen. Das ist quasi der Nachweis, dass euer Wohnsitz hier in Deutschland liegt. Und dann verringert sich nämlich der Prozentsatz der Quellensteuer auf den Satz, der im jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen mit der Bundesrepublik Deutschland abgemacht ist. Und dieser verringerte Zinssatz ist oftmals schon bei Null. Aber wie gesagt, die Quellensteuer ist von Land zu Land unterschiedlich. Wie hoch die Quellensteuer im jeweiligen Land ist, könnt ihr natürlich auf bialo.de nachlesen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. So, das war es auch schon wieder für heute. Habt ihr schon mal bei einer ausländischen Bank Geld angelegt? Wenn ja, bei welcher? Und wie waren eure Erfahrungen? Wir freuen uns auf eure Kommentare. Hat euch das Video gefallen, dann lasst uns doch auch ein Like da, und abonniert unseren Kanal. Ah ja, zu dem sind wir auch auf Social Media unterwegs. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung.